Der Transfer Oldenburger Hengstfohlen am 5. Juli geboren bei Tim Philipp Rea in Saams. Saint-Syméon ist der Vater von der 26 Sir Amazing und die Mutter, wie gesagt das ist ihr Embryotransfer, die Mutter Amazing Figuera TR, OLD, war Vize-Landeschampioness in Oldenburg im Schloss Prag zu Rastwede, sie war Bundeschampionatsfinalistin in diesem Jahr, 1e auf dem Brillantring und hat eine Leistungsprüfung mit einer 8,98 als Gesamtnote absolviert, Galopp 9,5, Trab und Schritt jeweils 9,0. Berühmter Stamm, Saint-Amour daraus, die zweite Mutter Dona Figuera von Donaschwe Grand Prix siegreich, also Sportleistung und Selbstdarstellung, unfassbar, unfassbar wie dieses Fohlen sich hier bewegt. Einmal kurz parieren und wieder weiter. Sir Amazing. Piero Royale gehört daraus, viele, viele weitere, toller, toller Stutenstamm aus Oldenburg. Was für ein Fohlen, Sir Amazing, 26, Dankeschön, wollen wir bitte mit Applaus bedienen, wahrscheinlich sind sie doch ganz baff, ob der Bewegungsopulenz. 27, Eriksson, ein Escaneno-Sohn.